Herzlich willkommen zum dritten von drei Teilen der Lehrfilmreihe über den Laborversuch Ultraschallprüfung. In den ersten beiden Teilen wurde bereits der theoretische Hintergrund erläutert. Nun kommen wir zur Handhabung des Ultraschallgeräts sowie der Durchführung der Ultraschallprüfung. Wir erinnern uns, mit Hilfe der Ultraschallprüfung ist es möglich, Fehler im Gefüge, wie zum Beispiel Risse, Lunker und Einschlüsse an Bauteilen zu erkennen, ohne das Werkstück dabei zerstören zu müssen. Hierzu werden Ultraschallwellen mit Hilfe des sogenannten indirekten piezoelektrischen Effekts erzeugt. Im Laborversuch wird das Impulse-Echo-Verfahren verwendet. Für die Durchführung wird ein Oszilloskop, ein Prüfkopf, ein Kopplungsmittel sowie ein zu prüfendes Werkstück benötigt. Bevor wir jedoch auf die Durchführung eingehen, schauen wir uns zunächst die verschiedenen Prüfkopfsysteme an. Welche Prüfköpfe gibt es und für welche Anwendung werden sie eingesetzt? Je nach Anwendung werden unterschiedliche Prüfköpfe verwendet. Die Auswahl hängt dabei von der Werkstückart, der Werkstückdicke und der Art, Lage und Orientierung der Reflektoren ab. Die Prüfköpfe sind meist mit piezoelektrischen Schwingern ausgestattet, die als dünne Plättchen eingesetzt werden. Sie bestehen zum Beispiel aus Barium-Titanat oder Blei-Circonat-Titanat. Da der Piezo-Kristall mit seiner Eigenfrequenz angeregt werden muss, ist auf der Rückseite des Wandlers ein Dämpfungselement, zum Beispiel Kunstgummi oder Kunstharz, angebracht. Dies verhindert eine zu starke Schwingungsamplitude des Piezo-Kristalls. Die gebräuchlichsten Prüfköpfe sind Senkrecht-Prüfköpfe, das heißt Normal-Prüfköpfe, Sende-Empfangs-Prüfköpfe, sogenannte SE-Prüfköpfe, sowie Winkel-Prüfköpfe. Zunächst gehen wir näher auf den Normal-Prüfkopf ein. Sender und Empfänger bestehen hierbei aus einem Piezo-Kristall. Das bedeutet, der Piezo-Kristall wird abwechselnd als Sender und Empfänger eingesetzt. Da dieser jedoch, solange er sendet, nicht empfangen kann, entsteht bei dem Normal-Prüfkopf eine sogenannte tote Zeit. Innerhalb dieser Zeitspanne können keine Fehler entdeckt werden. Diese Todzeit setzt sich dabei zusammen aus der Zeit des Sendens und der Zeit, die der Kristall benötigt, um wieder von den Schwingungen gedämpft zu werden. Erst dann ist er bereit, reflektierte Ultraschallwellen zu empfangen. Bei Normal-Prüfköpfen erfolgt die Ausbreitung der Schallwellen, also der Longitudinalwellen, senkrecht auf die Werkstückoberfläche. Üblicherweise werden Normal-Prüfköpfe für das Prüfen von Blech, Schmiede oder Gussteilen verwendet. Als nächstes gehen wir auf den Sende-Empfangsprüfkopf oder kurz SE-Prüfkopf ein. Im Gegensatz zum Normal-Prüfkopf gibt es hier getrennte Schwinger für die Sende- und Empfangseinheit. Die beiden Schwinger sind mit einer bestimmten Neigung zur Probe angeordnet. Dieser Neigungswinkel kann zwischen 0 und 12 Grad liegen. Mit der richtigen Wahl des Winkels kann die tote Zone reduziert werden. Ein kleiner Neigungswinkel ist gut geeignet zum Erkennen von Tiefenfehlern, wohingegen ein großer Neigungswinkel für Oberflächennahe Fehler geeignet ist. Typische Anwendungsfälle des SE-Prüfkopfes sind dünne Werkstücke oder Wanddickenmessungen. Zu guter Letzt gibt es noch den Winkelprüfkopf. Sender und Empfänger bestehen hierbei auch aus einem Piezo-Kristall. Vom Prüfkopf werden Longitudinalwellen erzeugt, welche beim Auftreffen auf das zu prüfende Medium in bis zu vier Wellen aufgeteilt werden. Zunächst werden aufgrund des Reflexionsgesetzes zwei Wellen reflektiert. Das Reflexionsgesetz besagt, dass Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel ist. Einmal wird eine Longitudinalwelle im selben Winkel reflektiert wie die einfallende Welle, außerdem wird eine Transversalwelle mit einem geringeren Winkel reflektiert. Des Weiteren entstehen zwei gebrochene Wellen, welche in das Werkstück eindringen, auch wieder eine Longitudinal- sowie eine Transversalwelle. Sie werden aufgrund ihrer Schrägeinschallung bevorzugt bei Schweißnahtprüfung eingesetzt, da Senkrechtprüfköpfe nur bei bündig abgeschliffener Schweißraupe auf dem Prüfobjekt positioniert werden können. Außerdem werden sie für Blech-, Rohr- und Schmiedestückprüfung eingesetzt. Kommen wir nun wieder zurück zu der Durchführung einer Ultraschallprüfung. Das in diesem Fall verwendete Gerät bzw. das Oszilloskop heißt OmniScan SX von der Firma Olympus. Zu Beginn muss der Prüfkopf oben an das Gerät angeschlossen werden. Nach dem Einschalten des Gerätes ist dieses prinzipiell auch schon einsatzbereit. Das Display ist hier folgendermaßen aufgeteilt. Oben befinden sich diverse Anzeigen. Die genauen Funktionen dieser sind abhängig von den Einstellungen, aber zunächst erstmal nicht von Bedeutung. Darunter befindet sich eine Leiste, in welcher die Darstellung eingestellt werden kann. Interessant ist hier nur der zweite Reiter von links, mit dem verschiedene Echogramme angezeigt werden können. Die Möglichkeit A steht dabei für die klassische Echogrammdarstellung. In dem mittigen Bereich wird das Echogramm angezeigt, wobei die Y-Achse für die Schallintensität und die X-Achse für die Werkstückdicke steht. Die linke Spalte beinhaltet das grundlegende Menü mit allen Untermenüs. Die Untermenüs können über das dunkelblaue Feld der Spalte geöffnet werden. Durch Auswahl eines dieser Untermenüs passt sich die Menüleiste unterhalb des Echogramms an, sodass spezifische Einstellungen vorgenommen werden können. Unter dem Reiter Datei lässt sich die aktuelle Datei abspeichern, eine bereits gespeicherte laden oder eine neue erstellen. Unter UT lässt sich im Menüpunkt Allgemeines der horizontale Anzeigebereich des Echogramms mit Hilfe von Start sowie Bereich einstellen. Dieser wird sinnvollerweise auf die Werkstückdicke angepasst. Es bietet sich dabei an, den Bereich ein paar Millimeter größer als die Werkstückdicke zu wählen, um das Sende- und Rückwandecho vollständig darzustellen. Anschließend kommen wir zu dem Untermenü Blende Alarm. Hier ist zunächst erstmal der Unterpunkt Blenden relevant, da sich darüber die Blende einstellen lässt. Die Blende dient dazu, in einem bestimmten Bereich die Messwerte der Echos anzuzeigen. Über Start kann die Blende positioniert und über Breite dimensioniert werden. Durch Klick auf Höhe kann die Blende mit Hilfe des Rädchens in der Höhe verstellt werden. Wenn zum Beispiel bei Start 10 mm eingestellt sind und bei Breite ebenfalls 10 mm lassen sich in der Tiefe von 10 bis 20 mm Fehler auswerten. Durch Klick auf die rot oder grün markierten Kästchen in der oberen Menüleiste schaltet diese um und es kann unter DA die exakte Fehlertiefe ausgelesen werden. Da das Gerät bereits eingeschaltet und der Prüfkopf angeschlossen ist, kann nun mit der Messung begonnen werden. Dazu tragen wir zunächst die Kopplungsflüssigkeit auf die Werkstückoberfläche auf und verteilen diese mit dem Prüfkopf. Führen wir den Messkopf nun über einen Fehler, erscheint auf dem Echogramm ein Fehlerecho. Um die genaue Fehlertiefe zu bestimmen, muss die Blende so positioniert werden, dass sie das Echo schneidet. Sollte die Blende zwei Echos schneiden, wird die Tiefe des größeren Echos ausgegeben. In unserem Fall können wir eine Fehlertiefe von 30 mm feststellen. Viel Spaß beim Laborversuch!